Das ist Berlin, meine Freunde! Hallo! Ich darf heute länger ausbleiben! Neuen Leute, glaube ich! Tschüss! Machst du nicht so! Wir haben noch mal jemanden geblasen, wo wir lang wollen! Warte, 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 warte! Tegel! Pfeizer Tegel, oder? Ja, Jungs, was machen wir denn heute? Link, erzähl jetzt mal, wo wir heute hinfahren! Wir holen den Paul erstmal ab! So, Gino, erzähl doch mal, was machen wir denn heute? Was ist der Grund, warum heute die RSG hier ist? Der Hagen kommt! Der Hagen? Der Hagen? Der Hagen kommt! Vom Konkurrenz-Club! Der Verräter! Hagen von Tronje ist ein Verräter! Mythologisch, meine ich! Hagen von Tronje hat Siegfried erschlagen! Na mal gucken, er kommt ja gleich! Das ist so Zücke! Das müssen wir ihm auch unterstellen heute! Ich sage, wirst du eigentlich, der Hagen von Tronje hat Siegfried erschlagen? Wer war Hagen von Tronje? Ein Wikingier? Nein, Hagen von Tronje ist der Mann, der Siegfried erschlagen hat! Aber nicht mutig von vorne, nee, nee! Nein, Hinterrücks von Hinterrücks! Genau! Genau! Obacht, sagt man da in Bayern! Obacht! Weil Hinterrücks von vorne ist ja auch blöd! Ja, Hinterrücks von vorne! Geht aber auch! Demonstriere ich dir! Drauf springt und drauf einstechen! Das wär ja Troja! Das wär ja nicht ein Hagen von Tronje! Nein, Troja war vorbeispringen in Halbstechen! Das war die Troja! Das war eh nicht wie von vorne! Ich zeig jetzt mal! Herzlich Willkommen! Malzeit! Malzeit! Moin! Grüezi! Paul! Du bist Ota! Wundern, dass ich hören! Hast du mir ja Fresse gesagt? Wir sind gerade gesagt! Ich muss nicht sein! Hey Paul! Hey! Hey! Let's findes! Wir sind rundhause Your Dol type Zech gitu theoretisch rein In Umland. Fotos! Th informs die Aufmerksamkeit! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Er ist gay. Er ist gay, ja, I know. Deine Mutter ist so dumm gestolpert am WLAN-Tabel, Mann. Deine Mutter ist so dumm gestolpert am WLAN-Tabel, Mann. Oh, jetzt komm komm komm. Komm Gino. Oh Gino. Und deine Mutter ist so fett, die sitzt im Kino neben jedem. Du sitzt im Kühlschrank und machst das Licht an und aus. Deine Mutter shopft kleine Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Okay, 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 okay. Deine Mutter ist so fett, die benutzt den Smart als Rollschuh einfach. Den kenn ich nicht. Ich kenn den mit dem Mehlfelsen. Hahahaha Habt ihr den mit Kicks schon hierbracht? Der ist aber nicht gut, oder? Deine Mutter schützt den Kicks und sagt billiger. Hahahaha 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 Jut, kann mal jemand einschreiten und sagen, wer gewonnen hat? Okay, Gino, Gino hat gewonnen. Ja, definitiv, mir fällt nicht mehr ein. Alles klar. Hahahaha So, jetzt sind wir nochmal hier. Bier ist voll künstlich, aber wie schreibt man Custom? Ruchstabieren, eine große O. Ja, großes Rundes O. Hahahaha 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 Ströhnst Hahahaha Sind wir hier nicht beim Film? Auch wenn es eher Riskyfilme hier ist. Wir sind hier nicht beim Film. Das sind alles nur One-Taker, Baby. Ich liebe dich, Strom. Hahahaha Hahahaha Und es ist sehr schade, dass wir nicht mehr bei uns sind. Aber eigentlich bist du immer bei uns. Hier. Herzen. Hier, hier, auf dem Herzen. Dem. Da. Dem Herzen. Wo schlägt den Herzen? Hahahaha Echt schlägt den Herzen. Hahahaha Frank. John, also, der hat mir gerade, also, der hat, also, ich sprach nur. Stell dir Frank vor, der guckt gerade hier am Fernsehschirm zu. Hahahaha Stell dir vor, Frank sieht gerade dieses Video und Möchtest du hier nicht irgendwelche Grüße übersenden? Hallo Frank, hoffentlich hast du das Wodka schon gebrochen. Mir ist jetzt gerade das Herz erweicht, weil er hat ja ein so schönes Problem. Fass nicht alles. Ja. Ja. Dass er wunderschöne Haare, eine wunderschöne Brisur hat. Ja. Deine Haare gelegen wieder heute. So schön. So schön. Ahhhh. Deine Haare. Was ist das? Das sind Haare. Hast du denn irgendwelche Worte zu deiner Einstellung? Einstellung. Ich freue mich. Hahahaha. Aber ne, ich hab nichts vorbereitet. Warte mal komm, ich hab einen Zettel. Eigentlich ist halt noch eine Jacke. Ja. Oh shit. Ne, hab ich noch eine Jacke. Man muss natürlich natürlich aufklären, wie jetzt ein Zuschauer. Der John wurde gerade, aber kannst du selber erklären, was gerade passiert ist, weil jetzt haben wir die Zuschauer am Fernsehschirm nicht gesehen. Das ist Berlin, meine Freunde. Das ist Berlin, meine Freunde.